Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored, die Maske des Zorns. Die Finative Edition für die Playstation 4 Part 19. Und in der letzten Folge sind wir zum Dunwall Tower zurückgekehrt. Jetzt geht es nämlich darum, den Lord Regenten zur Rechenschaft zu ziehen. Wir müssen die Herrschaft beenden. Und wir sind hier in diesem Hauptquartier, wo wir einst der Kaiserin gedient haben. Wir als kaiserlicher Schutzherr sozusagen. Und ihr wisst ja, uns wurde das genommen. Uns hat man auf die falsche Fährte geführt. Man hat die Kaiserin getötet und uns die Schuld dazu geschoben. Und jetzt geht es halt darum, endlich diese wohlverdiente, ja nicht Drache, aber endlich das gerade zu rücken, was eigentlich gerade gehört. Und das bedeutet, wir müssen den Lord Regenten packen, den müssen wir kriegen. Und ja, am besten irgendwie als Ketzer-Brandwagen oder so, so wie wir es bei Campbell gemacht haben. Und ja, Lady Boyle ist ja schon weg vom Fenster. Also nicht getötet. Wir haben sie ja übergeben, einem heimlichen Verehrer. Das war der Deal, dass sie nicht getötet wird und gleichzeitig ein anderer Mensch glücklich sein kann, weil er mit seiner Lady Boyle zusammen sein kann. Wobei ich mich frage, ob die Lady Boyle das wirklich will mit dem Typen. Aber naja, das ist eine andere Geschichte, die wird uns wahrscheinlich nicht erzählt, wie es da weiter vorangeht. Aber ist auch nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Wir sind hier mittendrin im Hauptquartier, wie schon gerade eben erwähnt. Und jetzt geht es darum, ja, im Hauptquartier jetzt nach dem Lord Regenten zu suchen. Dann würde ich mal sagen, dass ich die Webcam mal wieder ausmache. Damit wir uns 100%ig auf das Spiel hier konzentrieren können. Und wünsche euch natürlich an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß. Und bevor es losgeht, ganz kurz nochmal zur Information. Also 60 FPS unterstützt das Spiel leider nicht. Das bedeutet, ich mache die Aufnahmen jetzt wie gehohnt im 30 FPS Stil. Das ist auch gut für mich. Dann wird die Bearbeitung wieder schneller gehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Dishonored 2 rauskommt, die wird definitiv, hoffentlich, lehne ich jetzt mich mal aus dem Fenster, zu sagen, ja, es hat auf jeden Fall 60 FPS. Also Dishonored 2 hoffe ich mal. Aber wir sind ja noch im ersten Teil und würde sagen, machen wir weiter. Das Gelände ist sicher, Lord Regent. Das kann nicht schaden, der neun nachzusehen. Ich werde nach unten in mein Schlafzimmer gehen. Verzeihung, Sir. Es wäre wohl am besten, wenn Sie in Ihrem Schutzraum auf dem Dach bleiben würden. Ich brauche heute den Komfort meines Bettes. Ich vertraue darauf, dass Sie und Ihre Männer den Tower ausreichend sichern können. Und kommen Sie nach Ihren Runden zu mir. Ja, wie Sie wünschen, Lord Regent. Ich gehe nach oben. Sichern Sie die... Also wenn ich der Lord Regent wäre, wäre meine Devise, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich weiß jetzt nicht, was hier gerade passiert ist. Ich glaube, hier wurden jetzt sämtliche Türen verschlossen. Obwohl, hier könnte ich noch, glaube ich, raus. Ja, ihr habt gehört, Lord Regent, der scheint in seinem Schlafzimmer zu sein. Hier nennt man das natürlich Gemächer. Gemäß der Zeit nannte man das früher Gemächer. Heute würde es bei uns wirklich heißen Schlafzimmer. Okay, dann würde ich sagen, es wird Zeit, mal wieder eins nach den anderen auszuschalten. Das bedeutet, ich würde sagen, den hier knöpfen wir uns als nächstes vor. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwo in der Nähe welche Wachen haben. Ich, äh, sag jetzt einfach mal nein. Würde sagen, dass wir den jetzt gleich als nächstes hier schnappen werden. So. So, schnell wieder zurück. Dann würde ich sagen, wir legen ihn hier ab. Ja, schön in der Ecke. Hier kann er eigentlich keinem was antun. Und hier wird ihn, glaube ich, keiner sehen. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand reinkommt, sonst wäre das schon längst passiert. Gut, dann würde ich sagen, Schauen wir uns mal um. Da sind die Gemächer. Da oben, ah, da sind die verschiedenen Etagen, so wie das aussieht. Da eine, da eine, oder? Ist das eine Etage? Also oben auf dem Balkon, ja. Würde ich sagen, ja. Okay. Schauen wir mal. Ah, ich höre jemanden. Ich weiß nicht, ob er zu uns kommt, aber der wäre logischerweise der Nächste. Das Problem ist, ich weiß nicht. Oh, wir haben hier wieder noch eine Artefakte und Runen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir ihn schnappen können. Okay, ich glaube, hier können wir, ohne entdeckt zu werden, noch rumturnen. Ich glaube, spätestens, wenn wir nach oben gehen, wird es schwerer. Okay. Schauen wir uns mal hier um. Pierros Mane Elixier. Nehmen wir gerne mit. Gebietskarte. Wir sind hier, also am Eingang quasi. Also, das bedeutet, dass wir schon am Eingang vorbei sind. Also, regulär wäre hier die Tür. Okay. Aber ich frage mich, was vorhin dieses Türschließgeräusch war. Vielleicht war das die Gemächer gewesen vom Lord Rigaten. Das kann natürlich auch sein. Dann sehen wir noch als Nummer zwei den ersten Stock, dann den zweiten Stock. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Karte irgendwie nochmal lesen können. Ich gucke mal eben nach. Es wäre natürlich schön. Dann könnte man auf dem Weg irgendwie auf die Karte schauen. Aber hier sieht das leider nicht so aus, als würden wir auf die Karte nochmal schauen können. Also, ich sehe hier gerade nichts. Das finde ich schade. Also, ich hätte die Karte gerne für einen späteren Zeitpunkt nochmal gebraucht, um zu sehen, aha, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Etc. pp. Okay, dann halt nicht. Oh oh. Da oben ist wieder der eine. Boah, sogar zu zweit sind sie. Okay. Würde ich sagen, wir schließen hier die Tür. Warten wir mal, bis der verschwindet. Weiß ja nicht, was der da macht. Ob der sich eine schmückt. Also, wenn ich jetzt hier rumlaufe, werden wir definitiv gesehen. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht an dieser Stelle, wie weit die Gegner gucken können. Ob die uns sehr von da hinten sehen könnten. Oder ob die so ein gewisses Radius haben, wo es aufhört, uns zu bemerken. Also, ich würde sagen, dass wir den nächsten schnappen. Ich glaube, wir schalten mal hier wieder die Nachtsicht an. Ah, da kommt er schon. Den will ich mir jetzt gerne schnappen. So, das war knapp. So, schnell hier rüber. Tür zu. Und ab dafür. So, nehmen wir direkt die Beute mit. Puh, haben wir schon zwei. Einer patrouilliert oben auf jeden Fall noch. Okay, schauen wir mal, wohin sich... Okay, ich wollte sagen... Ah, du hast den Generalschlüssel des Dunwall Towers benutzt. Seit wann hatte ich einen Schlüssel? Schlüssel zur Küche des Dunwall Towers. Okay. Oh. Shit, ich glaube, da kommt jetzt jemand... Oh, oder auch nicht. Okay. Sam, arbeitet immer an geheimen Dingen. Und der ist ein brutaler Hund. Vertrau mal. Es zahen wie ein Lamm. Jetzt bring ihm sein Essen. Okay. Was haben wir denn hier? Der Foltermeister befindet sich im Dunwall Tower. Der perfekte Zeitpunkt, um dich an den Monster zu rächen, dass er so viel Schmerzen zugefügt hat. Ah, das ist der, der ganz am Anfang mit dem Feuer uns da... richtig eingebrannt hat, der Sack. Boah. Also da werden wir uns auf jeden Fall rächen, würde ich mal sagen. Boah. Okay, gut. Ja. Oh, oh. Shit. Ich glaube, da kommt jetzt jemand. Mist. Boah. Das ist richtig... gefährlich, was ich hier mache. Boah. Also da, wo ich jetzt bin, das scheint hier richtig abzugehen. Hier sind sehr, sehr, sehr viele Menschen unterwegs. Würde ich sagen, nehmen wir erstmal alles mit, was wir mitnehmen können. Schlüssel zum Schutzraum. Ah, also... Vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass wir jetzt hier waren. Haben ganz viele Schlüssel mitnehmen können. Haha. Okay. Wir müssen jetzt mal aufpassen. Also ich meine, dass noch eine dritte Person hier unterwegs war. Ich weiß nicht, ob wir den noch schnappen. Ne, da hinten ist noch eine Wache. Gehen wir nochmal hier runter. Ich meine, hier unten war noch jemand. Oder ist die mit hochgekommen? Okay, hier scheint auch eine Rune zu sein. Oder auch nicht. Aber dann scheint die mit hochgegangen zu sein. Okay. Kommt die wahrscheinlich nachher wieder. Weil hier scheint es so eine Art Küche zu sein. Hier wird vielleicht, ähm, ja, Essen hergestellt. Beziehungsweise gekocht. Hört sich immer so komisch an, wenn ich das sage. Essen herstellen. Ja. Obwohl das im Prinzip hier richtig ist. Also. Naja. Okay. Ich weiß nicht, ob die wieder kommt. Schließen wir mal die Tür. Ja. Nachtsicht aktivieren. Weil hier braucht man es doch. Würde ich sagen. Okay. Da hinten kommt eine Wache. Da hinten ist auch noch eine Wache. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, da durchzulaufen. Oder ob wir wieder zurückgehen. Aber ich glaube, da sind wir auch der Präsentierteller, wenn wir nach oben laufen. Okay. Der patrouilliert anscheinend wirklich nur hier so rum. Der scheint da... Ah. Du hast den Schlüssel zum Schutzraum benutzt. Okay. Schauen wir uns mal schnell um. Ah. Okay. Plünderungen in jüngster Zeit. Auszug aus einem Brief, der in einem leeren Haus am Rand des Redshaw Finanzbezirks gefunden wurde. Das Plündern begann in den Lagerhäusern. Als die Arbeiter an der Seuche erkrankten, mussten die Firmen den Betrieb einstellen. Mein Mann Malkes arbeitete für die Meiersonsche Tabakfabrik. Ah. Tabak haben die auch schon. Dem letzten Jahr im Monat der Clans ihre Tore schloss. Er war für die Feuerstellen der Räucherhüte verantwortlich. Malkes sagte immer, dass Ofenräuchern die Blätter am süßesten machen würde. Die Tabakfabriken machen durch die Seuche die größten Verluste, weil das Rauchen so beliebt ist. Eine Weile haben sie die Fabrik mit einer kleinen Mannschaft am Laufen gehalten. Doch zu der Zeit, als mein Mann krank wurde, blieben die Feuerstellen aus und der Tabak begann zu verrotten. Irgendwie haben die Diebe Wind davon bekommen und die ganze Fabrik ausgeräumt. Und dann haben sie das mit normalen Wohnhäusern gemacht, diese Hunde. Ja, das ist halt, wenn die Seuche kommt, dann will jeder überleben, plündern und das wegnehmen, was sie schon immer wegnehmen wollten. Ja, das ist schon krass. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Kugel mit. Können wir... Hä? Also den können wir anscheinend nicht töten. Ich würde jetzt was riskieren. So. Würde ich sagen, gehen wir mal wieder hier rein. In die Ecke mit ihm. Okay, hier kommt die Putzfrau wieder. Da ist sie. Die habe ich eigentlich vermisst. Die will ich jetzt nämlich auch noch schnappen. Das war knapp. Dann haben wir die auch. Wir legen die dazu. Ah, hier ist noch ein Buch. Habe ich übersehen. Weiner. Identifikation und Behandlung. Behandlung. Auszug aus den Notizen von Dr. Gavani zur richtigen Behandlung der mit der Seuche infizierten Person. Wenn ein Opfer einmal aus den Augen zu bluten begonnen hat, ist ihm nicht mehr zu helfen. Nach unserem gegenwärtigen Verständnis der Seuche ist der Tod unausweichlich. Mit der richtigen Strategie können wir jedoch ihre Ausbreitung eindämmen. Alle, die mit einem Weiner oder Infizierten im letzten Stadion zu tun haben, müssen großzügige Mengen der vorhandenen Schutztränke zu sich nehmen. Auf die Variante kommt es dabei nicht an. Beispielsweise kann es Sokolos Elixier oder Pieros Arznei sein. Eine Dosis pro Tag für normale Soldaten, zwei für alle Offiziere. Die Distanz zu den Infizierten muss gewahrt werden, um den Kontakt mit parasitären Insekten zu vermeiden, die den Infizierten Wirtskörper besetzen. Dazu wird der Einsatz von Sperrwaffen oder Fernwaffen mit Brandmunition empfohlen. Also, dass man das direkt abtötet sozusagen und die komischen Parisiiten nicht die Körper direkt angreifen, ist eigentlich schon eine sinnvolle Maßnahme. Ja, sämtliche Gerätschaften, die dazu verwendet werden, Infizierte zu einer Deportationszone wie dem überschörenden Bezirk zu transportieren, sind nach dem Gebrauch ausgiebig zu reinigen. Dazu zählen Metallzwinger, Transport und Frachtwagen. Da frage ich mich zu dem Zeitpunkt, ob es nicht eine andere Möglichkeit gegeben hat, die Behandlung durchzuführen bei einem Weiner. Aber okay, wenn er jetzt Weiner ist, dann ist es vorbei. Klar, dann macht es eher Sinn, den zu töten. Aber ich weiß nicht, ob man da schon versucht hat, ein Gegenmittel dazu zu finden. Aber ich glaube, das ist unbehandelbar. Okay, gut zu wissen, dann würde ich sagen, ich würde hier gerne das rausnehmen. Aber ich weiß nicht, ob die Wache davon Wind bekommt. Ich würde sagen, wir machen das mal wieder rein und manipulieren den ganzen Kram einfach. Jetzt hoffen, dass derjenige nicht da reinläuft in die Fallen. Das wäre es noch. Okay, wir müssen mal schauen. Also, wir haben noch diese Sendezentrale, ne? Ja. Würde ich mal sagen, dass wir erstmal da hingehen. Hoffentlich sieht uns jetzt keiner. Was den Generalschlüssel des Dunwalltowers benutzt. Also lohnt es sich schon wirklich, die ganzen Schlüssel aufzugabeln. Okay, ich sehe schon, dass das Ganze nach oben geht. Das bedeutet, ich würde sagen, wir manipulieren das Ganze wieder, damit wir hochkommen. Sonst wären wir gebrutzelt. So. Perfekt. Ich kann das Ganze Ding auch ausschalten, aber ich würde sagen, lassen wir es mal an. Das sind ja diese Wahlöltanks. Ich denke, die werden erst aufgebraucht, wenn das Ding da oben zum Einsatz kommt. War eigentlich eine Coldwindbrücke, war das mal so gewesen. Schlüssel zur Sendezentrale. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Okay, Sendezentrale gefunden. Wo geht's denn hier lang? Die Gemächer. Das ist doch der Lord Regent. Da ist er doch. Ah, das ist jetzt aber gemein. Jetzt ist natürlich die Frage, soll ich den Lord Regenten schon mal fangen? Schnappen? Boah. Komm, wir gehen erst mal nach oben, würde ich sagen. Ach, wir können doch mit dem reden. Bitte. Bitte. Tun Sie mir nichts. Sie wollen den Lord Regenten töten, nicht wahr? Verschonen Sie mich. Ich helfe Ihnen, ihn zu besiegen. Er macht Aufzeichnungen mit dem Audiographen. Geheimnisse, die sein Ende wären, würden andere sie hören. Über die Sendeanlage abgespielt wären seine Geständnisse in der ganzen Stadt zu hören und er wäre ruiniert. Die Audiographkarte, die Sie brauchen, ist in einem Safe im Zimmer des Lord Regenten. Aber ich konnte über seine Schulter schauen und mir die Kombination merken. 935. Vertrauen Sie mir. Die Aufnahmen auf dieser Karte werden Ihnen erledigen. Viel Erfolg. 935. Ich hoffe, das haben wir uns gemerkt. Schauen wir mal. Missionshinweise. Da. In einem Tresor in den Schlafgemächern des Lord Regenten befindet sich ein Audiograph mit seinem Geständnis. Die Kombination ist 935. Ja, perfekt. Das ist ja das Beste, was passieren kann. Dann können wir den so bloßstellen vor der ganzen Welt. Dann wird der niemals glücklich werden und der wird immer gehasst und gejagt werden vielleicht. Obwohl, wenn er ins Gefängnis kommt, dann wird ihn keiner jagen. Die werden dann höchstens vor seinem Gefängnis warten, bis er rauskommt. Okay. Ja, cool. Dann müssen wir das noch finden. Finde den Audiograph im Schlafzimmer des Lord Regenten. Der Jedermannsorden. Auszug aus einem längeren Werk über die Geschichte der Aufseher. Der Jedermannsorden ist das religiöse Machtzentrum und die Inspirationsquelle für alle Aufseher des Kaiserreiches. Der Orden entstand im Laufe der Jahre, um einfache Bürger gegen die übelen Machenschaften des Outsiders zu schützen. Bis schließlich das Bedürfnis nach einem zentralen Sitz der Autorität aufkam. Das imposante Gebäude ist ein Zufluchts- und Wahlfahrtsort für viele Pilger. Irrtümlicherweise schreiben viele den Bau des Ordens dem Oberaufseher Benjamin Holger zu, wo es doch tatsächlich Holgers Nachfolger John Clevering war, der das Fundament legte. Kurz nach der Fertigstellung des Ordens versammelten sich dort alle Aufseher des Landes, um eine Reise zur weißen Klippe anzutreten. Am Ziel angekommen begann die große Schlacht der Säuberung, in welcher Aufseher gegen Ketzer, Hexen und Leibeigene des Outsiders kämpften. Obwohl Holger in der Schlacht fiel, wurde die Säuberung der weißen Klippe vollendet. Es folgten zeremonielle Rituale, die über einen Monat andauerten und viele Anrufungen und Reden hervorbrachten, die in zahlreichen Bänden aufgeschrieben und zurück zum Orden gebracht wurden, wo sie bis zum heutigen Tag verehrt werden. Okay. Eine Geschichte von Dunwall. Okay, also hier liest er anscheinend seine Propaganda. Jetzt könnte ich hier reinsprechen. Äh, äh, Lord Regent, du bist scheiße. Also könnte man prinzipiell, ist aber glaube ich hier nicht gewollt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Gemächern. Da ist der Lord Regent, Tresor. Und hier haben wir noch Gemächern des Foltermeisters. Da müssen wir uns auch noch rächen. Ich würde sagen, dass wir doch das Beste zum Schluss machen. Und dann erstmal zu den Gemächern gehen. Das Foltermeister, ich will mich rächen bei dem Sack. Obwohl, wer weiß, vielleicht werden die dann gewarnt, wenn ich den Foltermeister töte. Obwohl, töten will ich den ja eigentlich auch nicht, aber naja. Gehen wir doch erstmal zum Lord Regenten. Ich hoffe, dass er uns nicht sieht. Weiß nicht, ob es eine Möglichkeit... Oh, oh. Shit. Was macht der denn da? So, schnell schnappen und weg. Dann würde ich sagen, lenken wir den guten Mann hier hin. Obwohl, der Lord Regent, der wird schon davon nichts mitbekommen. Ja, ich weiß hin und her gerade, aber ich würde jetzt erstmal gerne zu diesem Foltermeister gehen. Wenn ich es am Ende bereue, dann bereue ich es halt. Oh, okay. Weil nicht, dass der Foltermeister dann davon Wind bekommt. Ah, der Lord Regent wurde geschnappt. Ich haue jetzt mal ab und der kommt noch ungeschoren davon, wisst ihr? Aber ich glaube, der Lord Regent, der wird sich hier nicht wegbewegen. Der wird immer hier sein. Ob jetzt in seinem Gemächern... ...oder in seinem Schutzraum. Von daher alles gut. Beim Foltermeister bin ich mir nicht so ganz sicher. Bei ihm kann ich mir vorstellen, dass der... ...dann einfach abhauen wird. Okay, hier wird das ein bisschen schwer. Aber ich glaube, wir können uns voran teleportieren. Dann ist alles gut. Was ist denn hier? Ah! Der Foltermeister in der Folterkammer. Passt ja. Würde ich sagen... Okay, ich glaube, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, liebe Freunde. Okay, ich will ihn nicht töten. Eine Granate. Betäubungsbolzen. Ich will ihn nicht töten. Äh. Ist das sein Hund? Ah, ich hätte eine Idee. Ich würde gerne einen... ...Rattenschwamm reinbeschwören. Das er davon nichts... ...abbekommt. Shit! Der kommt jetzt zu uns. Können wir ihn beherrschen? Boah, Alter. Wir haben keine Betäubungsbolzen mehr. Das ist schlecht. Ich glaube, der kommt jetzt hoch. Dann gehen wir mal nach oben. Da, wo er uns nicht findet. Oder? Ach, rennt der jetzt überall rum, oder wat? Nee. Äh, äh. Ja. Der Sack. Jawohl! Ich hab' ihn. Und was machen wir jetzt mit ihm? Okay, hier ist eine Rune. Hier bist du nun, Corvo. Die, die du suchst, oder hast du noch einen anderen Plan? Willst du Wiederherstellung, Gerechtigkeit und die Krönung einer neuen Kaiserin? Oder wirst du alle ins große Nichts reißen? Wie auch immer. Ich erwarte ein großes Spektakel. Okay. Ach, da liegt der. Wo ist denn der? Alter, was hat er denn mit ihm gemacht? Boah, ist das ekelhaft. Das hat er also immer gemacht? Äh, äh. Alter, das ist so ekelhaft. Also, nicht nachmachen, liebe Freunde. Oh Gott. Dieser Foltermeister, der hat eigentlich den Tod verdient. Liebster. Oh, Liebster, Liebster. Unten im Keller. Es ist so düster. Warum kommst du nicht zu mir? Wärst du hier, würden sie schreien, nicht wahr? Komm mich noch einmal besuchen. Dann gebe ich dir ein neues Geschenk. Geschnitzt und glänzend. Zwar bist du kein Meister der Konservation. Doch ich liebe es, bei deiner Arbeit zuzusehen. Komm wieder und erzähle dir Geschichten, solche Geschichten. Deine liebsten Lumpengräfin. Oh Gott. Haha. Okay, dann würde ich sagen, können wir den auf den Tisch schmeißen? Jawohl. Ja, jetzt fragt ihr euch warum. Damit er nicht von Ratten angefressen wird. Weil die Ratten, die sind ja eher auf dem Boden. Und ich weiß ja nicht, ob die irgendwann auf die Idee kommen, den aufzufressen. Ich glaube, es wäre vielleicht besser, den nicht zu töten, sondern erstmal bewusst Lust zu lassen. Weil es geht halt um den Chaos-Faktor. Ihr dürft es nicht vergessen. Ich will mich ja bemühen, nicht so viel zu töten. Okay, die Ratten habe ich schon mal weggelockt. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit dem Foltermeister machen soll. Weil, ähm... Ich gucke mal eben. Optionale Aufgaben. Statte dem Foltermeister einen Besuch ab. Eliminiere den Foltermeister. Muss ich den eliminieren? Muss ich das wirklich? Ich weiß nicht so recht. Können wir den vielleicht nach oben schmeißen und der fliegt dann runter und tötet sich selbst? Nö. Ah, ich weiß nicht, was man mit dem am besten machen könnte. Ich will ihn nämlich nicht töten. Gut. Ah, die sind beschissen. Hä? Seit wann lebt die wieder? Das kann doch echt nicht wahr sein, oder? Warum lebt sie wieder? Hä? Das ist ja seltsam. Ich weiß nicht, was man am besten mit dem Foltermeister machen kann. Ich würde sagen, wir stecken ihn erstmal hier rein. Der Foltermeister, ey. Ha! Ja, ich überlege mir noch, was wir mit dem machen können. Aber ich würde erstmal sagen, dass wir uns um den Lord Regenten kümmern werden. Das bedeutet, wir müssen in seine Gemächer. Äh... Der beste Weg ist eigentlich der, wo gerade die Hausfrau, die Putzfrau da hingelaufen ist. Scheiße. Der könnte uns gleich sehen. Obwohl, man weiß so nicht so richtig bei der Putzfrau. Die scheint überall rumzulaufen. Naja. Egal. Gehen wir hier durch? Sure, wieder was. Okay. Achso. Ich dachte schon, Ratten wären hier in der Nähe. Das ist aber nur dieses brutzelnde Ding da oben. Geht doch viel schneller. Ja, sehe ich gerade ein Buch. Die Kanalisation von Dunwall. Das Tunnel. Das Tunnel. Auch soll der derzeitige kaiserliche Meisterspion Hiram Burroughs ein Netzwerk von Informanten aufgebaut haben, das die Kanalisation wie seine Westentasche kennt. Bis vor kurzem litten die älteren Tunnel unter wiederholten Zusammenbrüchen und erzeugten dabei Krater, die ganze Straßenzüge in den Abgrund rissen. Das derzeitige System leidet kaum noch an solchen Problemen, seit die Kanalisation während der Herrschaft von Kaiserin Euron Coltwin I, oder der erste, im Auftrag des städtischen Planungsdezernats verstärkt und ausgebaut wurde. Soviel zur Kanalisation. Ja, er wollte Kontrolle haben. Er wollte alles genau wissen, wo, wie, was funktioniert, welche Zugänge es gibt und so weiter. Ich denke mal, er hat auch vielleicht im schlimmsten Fall so, ja, Notfallwege erstellt. Also wenn er auffliegt, dass er dann irgendwie abtauchen kann in die Kanalisation. Ich weiß nicht, warum er das immer alles wissen will und ein Netzwerk aufbauen möchte, so nach dem Motto. Naja. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Warum läuft hier ein Hund? Das war vorher nicht. Alter, wir müssen uns von dem Hund in Acht geben, ey. Können wir da rein? Jawohl, wir haben ihn. So, und jetzt? 9, 3, 5. Ja, genau. Wir müssen den Tresor hier öffnen. 9. Gucken, dass keiner kommt. Toter Briefkasten, kaiserlicher Meisterspion. Wir hatten eine Abmachung und ich hatte bereits weiterführende Pläne gemacht. Der kaiserliche Schutzherr war kein Teil der Abmachung. Sie haben mir versichert, dass Sie und das Mädchen allein sein würden. Hiermit erhöhe ich den Preis für unser Unternehmen. Deponieren Sie das zusätzliche Geld in anderen toten Briefkästen. Ansonsten kommen wir persönlich vorbei, um es uns abzuholen. D Punkt. Wer ist denn D? Okay, nehmen wir den Lord Regenten mit. Ich spiele den Audiograph des Lord Regenten ab. Okay, nehmen wir mal alles mit. Haben wir hier noch irgendwas? Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal mit dem Lord Regenten hier nach oben. und spielen den Audiographen ab. Ich weiß aber dann nicht, ob dann die ganzen Wachen alarmiert werden und uns die Hölle heiß machen könnten. Aber wir werden sehen, was passiert. Bis jetzt sind wir ja nicht tödlich vorgegangen. Das ist schon mal klar. So, legen wir den mal hin. Die Erklärung ist ganz einfach. Es war nicht mein Fehler. Mein Plan zur Ausmerzung der Armen hätte uns von diesen Schmarotzern befreit, die ihre Tage in Schmutz und Suff verbringen, obdachlos und ohne Arbeit, um Geld bettelnd, für das unsereins Haar schuften muss. Und der Plan war einfach, die infizierten Ratten vom pandesianischen Kontinent zu holen und sie auf die Armen loszulassen. Der Plan funktionierte ausgezeichnet. Anfangs. Doch die Ratten entwickelten ein Eigenleben, versteckten sich vor den Rattenfängern und vermehrten sich alarmierend schnell. Bald spielte der Stand keine Rolle mehr. Alle wurden krack und dann begann die Leute, Fragen zu stellen. Die Kaiserin beauftragte mich herauszufinden, ob eine fremde Macht hinter der Rattenplage steckte. Ich wusste, die Wahrheit würde herauskommen. Es gab keinen anderen Weg, als sie zu beseitigen. Boah. Selbst die Macht zu übernehmen. Sie musste sterben. Sie musste einfach sterben. Der Sack. Aber so konnte ich die Seuche mit uneingeschränkter Macht angehen. Quarantäne. Abschiebung der Kranken. Aber es gibt immer eine törichte Mutter, die nach ihrem verlorenen Kind sucht oder einen tumpen Arbeiter, der seine verschwundene Frau vermisst. Und dann wird die Quarantäne gebrochen. Aber mein Plan hätte doch funktioniert. Er wäre aufgegangen, wenn nur jeder die Befehle befolgt hätte. Boah. Der Asker, ja, ey. Der war das. Der hat die ganze Seuche hervorgebracht. Boah. Und er wusste, dass das irgendwann rauskommt. Dass das durch menschliche Hand provoziert worden ist. Und die Kaiserin wäre fast draufgekommen. Also wir auch in dem Fall. Wir werden bestimmt auf die Information irgendwann draufgekommen. Und er wollte Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, indem er die Kaiserin tötet. Und wir kamen natürlich dann dazwischen zum perfekten Zeitpunkt für ihn und hat einfach die ganze Schuld auf uns geschrubben, dass wir die Kaiserin getötet haben, um um alles abzulenken vor einer eigentlichen Tatsache. Boah, ist das krass. Dieser Sackgesicht. Okay, dadurch, dass wir jetzt natürlich den Audiografen gespielt haben, merke ich gerade, dass wir nicht mehr alleine sind und viele alarmiert sind. So, das bedeutet, wir müssen wieder nach und nach Leute ausschalten. Scheiße. So, natürlich nicht. Scheiße. Schnell. Autsch. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wer den Wahlöltank rausgenommen hat. Aber jetzt ist er wieder drin. Alter. Also, wir sind jetzt auf jeden Fall entdeckt. Soviel steht fest. Gut, dann würde ich sagen, nutzen wir noch die Gelegenheit, um uns hier rumzuschauen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo Schätzchen, die wir vergessen haben. Vielleicht hier. Hier haben wir Wahlöltanks. Ah, hier haben wir gefertigte Statuen von dem Lautregenten. Ich glaube, der wollte sich irgendwie Preis kundtun. Irgendwo Statuen aufbauen. Das wäre krass. Er wollte sich selbst loben, so nach dem Motto, und sich verewigen. Aber Gott sei Dank kann man das verhindern können. Okay, anscheinend... Da oben ist noch was. Ich würde gern noch was sammeln. Wir haben das doch manipuliert, oder? Okay, Gott sei Dank nicht gestorben. Alles gut. Dann schauen wir uns einfach mal um. Scheiße. Hier kommt einer. So, den haben wir auch. Würde ich sagen, schauen wir mal, wo wir ihn am besten verstecken können. Oh, oh. Verstecken wir ihn einfach hier. Okay, würde ich sagen, dann lassen wir das lieber so. Und gehen einfach mal hier weiter. Wir haben nämlich noch ein Knochen-Artefakt in der Nähe. Den möchte ich noch mitnehmen. Auch wenn wir den vielleicht haben. Hier gibt's echt gar nix. Harfe. Oh. Ja, fragt sich, wen hab ich jetzt geweckt? Wahrscheinlich den da hinten. Ich weiß nicht, ob wir den irgendwie überlisten können. Da kommt noch ein zweiter. Hä? Wie konnte er uns mehr merken? Hä? Wie kann das denn sein? Scheiße. Shit. Fuck. Alter. Was ist denn hier los? Ich glaub, ich hol mal die Waffe lieber raus. Ja, ist jetzt natürlich nicht schön, aber... Nein, Mann. Nicht den Alarm. Au! Boah, ist das krass hier. Gucken wir mal, was der mächtige Windstoß macht. Wahnsinn. Ha! Wir wissen, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Oder auch nicht. So, jetzt würde ich die Radnummer holen. Hier, hier. Irgendwie... Ich weiß, das ist jetzt gerade voll krank, was ich mache, aber naja. Boom. Ha! 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 Alter! Okay, ich hab nicht genügend. verdammter Hoh! Oh, oh! Komm her, damit ich dich... Ah! Alter! Oh, oh! Will jemand noch Ärger haben? Irgendwas ist hier in der Nähe, was uns irgendwie abhält. Ich glaub, der eine Typ, der immer an diesem Kasten dreht. Puh! Die Akademie der Naturphilosophie, das haben wir eigentlich schon oft gehört. Nehmen wir mal mit. Einer ist auf jeden Fall noch hier unterwegs. Ja, ist natürlich jetzt gerade nicht so schön, was ich gemacht habe, aber... Erzählungen für Kinder? Was haben wir denn hier? Man sagt, dass Jimmy Whitecombrayle ein Kämpfer war. Freunde nannten ihn Smiley. Der... Äh... Die Straßen hinauf und hinab rannte freimütig zu aller Verbrechen sich bekannte. Okay, das scheint im Gedicht zu sein. Lassen wir das mal. So, damit es keine Zeugen gibt. Ja, äh... Liebe Freunde, ich bin selber ein bisschen sprachlos, äh, was ich jetzt hier gerade abgezogen habe. Normalerweise spricht das nicht alles dafür, was ich eigentlich gesagt hatte. Ähm, ja. Was soll man dazu noch sagen? Also... Aus der Not musste das sein. Äh? Ah! Bin ich hier hochgekommen? Auch nicht schlecht. Ein Geheimweg. Cool. Ja, dann, äh... Würde ich sagen, schauen wir uns direkt nochmal ganz um. Da wir jetzt eh alle getötet haben, können wir auch hier direkt alles, äh... überprüfen. Ob wir schon alles mitgenommen haben. Hier geht es natürlich noch die Treppen nach oben. Hier haben wir noch ein paar Sachen, die wir noch aufsammeln müssen. So. Hier haben wir noch ein bisschen Münzen. Irgendjemand muss hier noch leben. Weiß nicht, ob er... Ah! Fuck! Habe ich mich erschrocken. Boah! Ich dachte, der wäre außer... Hä? Ich dachte, der wäre außer Betrieb genommen. Alter, ist das krass. Ja, vielleicht ist es ja gut, dass wir so gestorben sind. Dadurch haben wir natürlich jetzt vielleicht die Wachen wieder hergestellt, oder? Ne. Schade. Hat sich leider gespeichert, der ganze Tod. Oh, Alarmanlage höre ich. Okay. Alarmanlage ist eigentlich nicht gut. Alter, wie das hier aussieht, ey. Ich weiß, dass du hier bist. Blöde Alarmanlage. Ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dadurch die Alarmanlage mit ausgeschaltet haben, aber das hätte ich eher vielleicht manipulieren sollen schon. Voll verrafft. Jetzt geht die Alarmanlage nicht mehr. Erst jetzt nicht mehr. Okay, ich würde sagen, wir haben hier genug Schaden angerichtet. Wir gehen jetzt einfach mal wieder raus. Mann, Mann, Mann. Zum Außenbereich des Dunwalltowers gehen. Mann, Mann, Mann. Das wollte ich echt nicht, dass ich so ein... so was provoziere, ja? Dass ich doch alle töten muss. aber dadurch konnten wir endlich mal so ein paar Waffen, ein paar Granaten einsetzen, die wir sonst nie gesehen haben. Das denke ich mal gar nicht so schlecht. Oh, oh. Ah, okay. Könnten wir das Ding manipulieren? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Schauen wir uns das Spektakel doch an. Krass. Schaut euch das mal an. Boah. Hier ist der Krieg angesagt. Alter. Können wir da rüber? Nö. Alter. Okay, ich würde sagen, wir gehen zu Samuel. Boah, wir haben hier genug Schaden angerichtet, aber haben wir sowas von genug. Das ist echt nicht mehr lustig. Scheiße. Können wir da runter? Ah. Ach, geschafft. Perfekt. Boah. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen konnten. Alter, wir haben aber richtig Chaos gemacht. Da ist Samuel. Ist alles vollbracht? Wollen wir zurück zum Hound, Pitspap? Oh ja. Samuel, die Zeit des Lord Regenten ist abgelaufen. Vielen Dank, Corvo. Dann wollen wir mal. Jetzt bin ich gespannt, wie der Chaos-Faktor aussieht. Ja klar, allgemeine Chaos-Faktor niedrig. Haha. Leichen oder bewusstlose Person entdeckt drei Stück. Alarme ausgelöst, eine. Ja, können wir leider nichts dafür. Ist leider so. Ah, Runen gefunden, drei von vier. Schade, wir haben einen verpasst, so wie ein Knochen-Artefakt. Oh, Gemälde von Sokolow gefunden. Null von eins. Also, ich muss wirklich sagen, diese, dieses Kapitel habe ich wirklich schlecht gemacht. Muss man wirklich sagen. Natürlich könnte man jetzt auf Missionen wiederholen drücken, aber wie gesagt, das ist, ähm, der erste Durchgang und, äh, ja, ist halt so. Was haben wir sonst gemacht? Den Foltermeister des Lord Regenten bezwungen, die Korruption des Lord Regenten öffentlich gemacht. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben es geschafft. Wir haben den Lord Regenten zur Rechenschaft gezogen. Wir haben die Wahrheit ans Licht gebracht. Jeder weiß jetzt Bescheid, was eigentlich Sache ist, dass er hinter den Ganzen steckt. Haben wir uns eigentlich auch denken können. Und, ähm, ja, was steht denn hier? Der Vorabend der Krönung. Der Lord Regenten ist besiegt, die Herrschaft von Emily Caldwin sichergestellt. Jetzt musst du nur noch dafür sorgen, dass sie sicher zum Dunwall Tower gebracht wird, wo sie ihren Platz als rechtmäßige Thronfolgerin einnehmen wird. Hört sich gut an. Große Veränderung. Machen wir ehrlich gesagt Sorgen. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Der Lord Regenten ist Geschichte. Herr Auden hat einen neuen Oberaufseher. Unser Werk ist fast vollendet. Die anderen sind in der Bahn. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Okay. Ich werde draußen bleiben, wenn sie erlauben. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Mein Glückwunsch, Corbo. Danke, danke. Okay, hier gibt es nichts Neues. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Kaiserträuen. Weiß nicht, ob wir hier noch was haben. Ich aktiviere mal die Nachtsicht. Ja, hab ich ja auch. Was zu essen. Lecker. Cool. Unglaublich, er hat es geschafft. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Die Tyrannei ist vorbei. Morgen diese Zeit wird Emily auf dem Thron sitzen. Danach waschen wir ihren Namen rein und setzen alles daran, die Stadt wieder aufzubauen. Ich wünschte, es gäbe eine richtige Stadt zu regieren. Der Großteil von Dunwall sind Ratten und Leichen. Der Admiral hat recht. Corbo, sie haben gute Arbeit gemacht. Wir haben untätig zugesehen. Unsere Arbeit beginnt morgen. Ruhen Sie sich heute Abend aus. Morgen krönen wir eine Kaiserin. Auf Corbo, den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Caldwin und den neuen Morgen, der für Dunwall und das Kaiserreich anbricht. Prost! Die Kosmologie. Können Sie ihr das lehren? Natürlich nicht, nein. Wenn Emily im Amt ist, wird sie den Haftbefehl gegen Sie aufheben. Dann können Sie Ihre Maske abnehmen. Stimmt, das tut sie. Bessen Sie sich satt, Corbo. Wir werden diesen Daud finden. Daud? Das ist mit Sicherheit einer der Spione und Mörder des Lottriges. Hä? Was ist das denn? Wir kontrollieren den Orden durch Erpressung. Aber vielleicht können wir bald eine rechtmäßige Autorität entwickeln. Äh. Ja, schön und gut. Äh, was war das denn gerade? Hört ihr das? Ganz komisch. Hier haben wir einen Audiograph. Mach mal die Mucke aus. Alter. Was ist das? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass sie irgendwie mir was ins Glas gekippt haben. Ich fürchte, Kalista verliert ihren Glauben. Wir brechen morgen auf, oder? Ich weiß nicht, ob ich zurück will. Ich kann doch von überall regieren. Vielleicht von einem Schiff. Emily ist etwas Besonderes. Sie hat von uns allen gelernt, besonders von Ihnen. Sie vertraut Ihnen voll und ganz. Wir müssen uns schnell hinlegen, hab ich das Gefühl. Alter, was ist denn hier los? Ich kann mir das anders nicht erklären, warum wir jetzt hier auf einmal so komische, komische Zeichen vor uns sehen. So eine Chance hat man nur einmal enttäuscht. Hab ich's doch gewusst. Alter. Warum? Samuel, Sie wirken, als hätten Sie getrunken. Hat das Gift gewirkt? Ist er tot? Es sollte gewirkt haben. Hat mich ein Vermögen gekostet. Jawohl, Sir. Ich glaube, Koro ist von uns gegangen. Ganz wie gewünscht. Sehr gute Arbeit. Wir brauchen den Körper nicht vergessen. Wenn wir mit der Leiche des Attentäters erscheinen, werden wir gefeiert. Gefeiert wie Helden. Ja, das verleiht uns die Berechtigung. Wir werden diejenigen sein, die den Lord Regenten gestürzt und seine Attentäter getötet haben. Sie achten auf die Leiche, Samuel. Ja, Sir. Alter, was sind das für Arschlöcher? Bereichern sich von unserer starken Arbeit, harten Arbeit, die wir vollzogen haben. Es tut mir schrecklich leid, Koro. Aber ich gab ihnen nur die halbe Dosis. Sie haben mich überwacht. Das war alles, was mir einfiel. Ich denke, sie sind stark genug, um es zu überleben. Ich werde sie auf ein Rettungsboot bringen und abhauen, bevor sie erfahren, dass ich mich ihnen widersetzt habe. Falsche Schlangen. Nach Erfüllung meiner Aufgabe hätten sie mit mir das Gleiche gemacht. Ich hoffe, sie wachen auf und finden einen Weg aus dieser verfluchten Stadt. Zumindest ist Samuel auf unserer Seite. Alter, die haben sich da wirklich bereichert. Und jetzt wollen die natürlich den Platz einnehmen. Die sagen, wir hätten, also die in deren Situation hätten gesagt, ja, wir haben den Leute ausgeschaltet, wir haben den Korvo, den Attentäter getötet oder was weiß ich, um dann den Platz einzunehmen. Alter, was sind das für Aasgeier? Voll korrupt. Aber Samuel ist wenigstens der, der auf unserer Seite war. Der hat uns nur die halbe Dosis gegeben. Klar, ich kann ihn verstehen, er muss Glaubwürdigkeit schenken. Was steht hier? Verlassen. Von Havelock, Martin und Pendleton betrogen wurdest du nur im letzten Moment vom Schiffer Samuel gerettet. Er ließ dich in einem verfallenen Bezirk Dunwalls zurück. Schauen wir mal rein. Alter, krass. Boah. Solche Aasgeier. äh, echt? Schwemmner Bezirk. Wo bin ich denn hier? Wer ist das? Scheiße. Wer ist Daud? Das sind doch die Kapuzenheinis, die die Kaiserin getötet haben. Fällt mir jetzt gerade so auf. Ah, ich glaube, ich verstehe. Alter, was ist denn hier los? Wo werden wir hingebracht? mein Wissen ist Großleibwächter. Ich erkenne das Zeichen auf ihrer Hand. Ein Geschenk von ihrem Freund, der im Dunkeln zu ihnen spricht. Der spricht, wenn sie seine Schreine besuchen. Auch ich habe diese Schreine besucht. Ich weiß, wie es sich anfühlt, eine Klinge in die Kaiserin zu stechen. Aber sie kenne ich nicht. Wer sie sind und für wen sie kämpfen. Sie sind ein Rätsel. Das erlaube ich nicht. Nein! Du Arschloch. Ah! War das nicht der Typ, der die Kaiserin getötet hat? Wo zum Teufel sind wir gelandet? Wir sind irgendwo... Wo sind wir denn überhaupt? Gut, liebe Freunde. Ich würde sagen, an dieser Stelle werden wir eine Pause machen, weil die Folge, die geht schon wieder eine Stunde. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin wirklich sehr, sehr geschockt. Wir wurden verraten! Alter! Erstmal der Lord-Regent mit dem Campbell. Und jetzt... Jetzt Havelock? Martin? Pendleton? Okay, bei Pendleton hätte ich mir das vielleicht irgendwie gedacht, weil er wirklich so... so, so guckt. Ja, der ist schon so... Den mag ich überhaupt nicht. Aber Havelock, den hätte ich das gar nicht zugetraut, denn den Martin, den haben wir doch den Arsch gerettet. Das ist der Dank. Ja, und jetzt kriegen wir den Arsch dritt hier. Ich glaube, liebe Freunde, wir haben noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Das Ganze ist noch lange nicht vorbei. Und wie gesagt, nächste Folge geht's weiter. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir dann schauen, wo wir hier gelandet sind und wie es eigentlich überhaupt weitergehen wird. Ob wir nochmal zurückkommen können und uns nochmal rächen können, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Bis dahin! Alles Gute und bis morgen! Ciao! Ciao! Vielen Dank.